Hey Leute, Kupi hier. Heute zeige ich euch mal wieder, wo es einen versteckten Geist gibt und diesmal den zweiten versteckten Geist im Schwarzen Garten. Als allererstes blende ich euch mal das kleine Video ein, wo es den ersten Geist gibt im Schwarzen Garten. Und zwar, ihr startet einfach die Mission Schwarzer Garten, geht bis zum ersten Portal, tötet dort die ganzen Gegner, geht durch das Portal durch und dann vor euch in der Luft an einer Wand ist der Geist. Ihr klettert links hoch an der Wand entlang und dann auf die andere Seite, dann findet ihr den Geist. Und dann macht ihr einfach die Mission weiter, bis ihr an diesem Ort hier, wo ich jetzt bin, hier gelangt bin. Nee, ich tanze mal eine Runde. So, und dann klettert ihr hier hoch, folgt diesem Weg hier. So, bevor dieser Zyklop da unten kommt, oder was das sein soll, ist der Geist rechts in der Wand drin, hier, da oben. Wir holen uns ihn jetzt mal, eins, zwei, drei, vier. Geht mit allen Klasse natürlich und hier ist der Geist. So, und das wäre die Vision 81. Ja, und das war's erstmal aus dem Schwarzen Garten. Eventuell gibt es ja noch einen Geist, das weiß ich leider noch nicht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Leute. Haut da rein, checkt meine anderen Geister-Videos aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.